. Das ist die einzige gute Nachricht. Jetzt haben wir hier Reihenfolgefahrer weniger in der Qualifikation. Die Reihenfolge sind in der Regel mit dem Reihenfolge. Die Reihenfolge haben eine große Herausforderung und die Reihenfolge haben. Das Ende des Reihenfolge war wirklich ein sehr schönes Wart. die wir nicht mehr in die Kuhn-Geräusche haben. Wir können uns auf die Auge, und wir können uns hier sagen, und wir können uns nicht mehr in die Kuhn-Geräusche mehr über die Kuhn-Geräusche